Wir spielen heute MacRunner Run, ein Muss für Portal-Fans und ein solcher bin ich. Deswegen werde ich mir das mal anschauen und habe auch im Hintergrund schon ein bisschen gebastelt, war schon einmal im Menü und habe festgestellt, das Spiel hat keine Kantengrättung und es hat ein 60 FPS Limit und es nutze ich Android Engine 3 und es deswegen selbst wenn man V-Sync deaktiviert trotzdem auf 62 FPS begrenzt. Das habe ich erstmal alles rausgeschmissen und habe FXR angeschaltet. Jetzt sieht es auch so aus und läuft mit den FPS wie mir das passt und jetzt gucke ich mir mal an wie das Spiel spielerisch ist. Also wie bereits erwähnt habe ich FXR eingeschaltet und habe V-Sync ausgemacht und in der INI-Datei, die in den eigenen Dokumenten liegt, das 62 FPS Limit der Unreal Engine 3 rausgeworfen, denn MacRunner Darkpilt basiert auf der Unreal Engine 3. Wie man unten rechts sehen kann, ist MacRunner Darkpilt ein Steam-Titel. Das Hauptmenü sieht ein bisschen aus wie Tron, also sehr puristisch. Hier die Elemente erinnern auch schon ein bisschen an Portal. Wie der Titel schon impliziert hat es hier was mit Magnetkräften zu tun, also welche Magnete sich anziehen und die sich gegenseitig abstoßen und darauf basieren Rätsel und gleichzeitig von H.P. Lovecraft das Cthulhu-Universum ist hier auch drin mitverarbeitet. Klingt also durchaus interessant. Erinnert ein bisschen an Prism mit dem allumspannenden Weltkonzern. Die Privatsphäre für Sicherheit in Interaktion aufzugeben, ja. Das erinnert doch irgendwie etwas an Prism. Ob Zufall oder nicht. Also wir haben jetzt die Intro-Sequenz mal übersprungen und das beginnt hier eigentlich optisch schon ein bisschen wie Portal mit sehr cleanen Räumen. Okay, anscheinend sind wir auch in einer Art Versuchskammer. Also hier ist schon die Räde von einem Trainingskomplex. Also im Prinzip genauso wie bei Portal. Der erste Tag und unsere MagRunner, also einer davon bin ich, sollen jetzt auf den Erkundungseinsatz im Weltraum vorbereitet werden. Wir müssen mit dem Meda-MagTec zusammenarbeiten und auch mit den anderen MagRunnern. Gut. Also optisch erkennt man sofort, dass es Unreal Engine 3 ist. Die Charaktere wirken etwas bullig. Die Texturen sind, naja, okay. Und Kantengeldung gibt es eigentlich keine, bis auf das FX-Server, was ich jetzt angeschaltet habe. Wer eine Radian benutzt, kann mit Sicherheit auch Amela aktivieren. Der ist jetzt noch ein bisschen freaky, der Firmenchef. Ja, das ist halt so ein Problem an modernen Spielen. Man muss sich erstmal drei Stunden lang Intro-Videos oder Erklärungen anhören und kriegt wahrscheinlich auch hier alles vorgekaut. Und sich selbst mal schlau zu machen oder einfach zu versuchen, ist heute selten geworden. Warten wir mal ab, bevor ich das Spiel jetzt verurteile, bevor es tatsächlich angefangen hat. So, er wünscht mir viel Glück. Dann geht es vielleicht jetzt auch mal los. Also, das erinnert euch sofort an Portal. Wir haben eine Gun mit einem roten und einem grünen Schalter. Rot und grün. Okay. So. Gut. Okay. So. Ähnliches mit rot, dann ziehen sie sich an. Okay. Mit E kann man es aufheben. Das kennen wir. Das ist die Frage. Hier sollen wir es wahrscheinlich draufstellen. Jawohl. Was machen wir mit dem zweiten? Ah, wir können den da auch noch draufstellen. Und können beide grün machen. Dann sollte sich die doch eigentlich stoßen. Okay. Jawohl. Also, es erinnert mich ein bisschen an Portal. Man muss knobeln, inwiefern Elemente kombinierbar sind oder eben nicht kombinierbar sind. Und es gibt wahrscheinlich mehrere Lösungsmöglichkeiten pro Level. Das ist auch typisch. Man kommt in eine Kammer zurück und muss in dieser Kammer warten, bis man in die nächste, in den nächsten Testabschnitt oder in die nächste Chapter kommt. Und die Rätsel werden dann höchstwahrscheinlich schwieriger und kniffliger. Jetzt gucken wir uns mal das zweite noch an, um meine Theorie auf die Probe zu stellen. Auch hier die Ladezeiten kurz vor der Kammer sind ganz typisch. Das kennt man von Portal fast eins zu eins genauso. Okay. Manche Objekte haben so viel Ladung, dass sie einen in die Höhe heben können. Okay. Gut. Das hier sieht nach dem typischen Portal Jump Pad aus. Also wird man damit wahrscheinlich irgendwie hüpfen können, weil ich einfach mal vermute, dass da oben der Ausgang ist. Oder das wird schon der Ausgang sein. Also müssen wir hier irgendwie hüpfen. Okay. Das kennt man auch von Portal. Speedy Thing Comes In, Speedy Thing Comes Out. Also auch Rätsel, die mit Geschwindigkeit zu tun haben. Und da alle guten Dinge drei sind, schauen wir uns in der Vorschau noch den dritten Level an. Bisher finde ich es durchaus unterhaltsam. Das ist was, was man sich nochmal im Laufe des Abends oder am Wochenende anschauen kann. Grafisch reicht es mich jetzt nicht vom Hocker. Da finde ich Portal persönlich stimmiger. Allerdings muss man sich hinzufügen, dieses Spiel kostet über Steam 20 Euro und bietet meines Wissens laut der Packung über 40 oder sogar über 60 Testkammern. Und dann finde ich, ist das ein fairer Gegenwert. Auch hier, das kennt man, die schwebenden Plattformen, die man wahrscheinlich auch magnetisieren kann, ja. Die Frage kann man, da oben ist noch ein Würfel, kann man das da hinten magnetisieren? Ja, kann man, okay. Dann stoßen sie sich ab. So zieht es das ran. Okay. Nur die Frage, kommen wir mit dem Würfel nach oben? Ja, damit wäre das auch durch. Also das große Vorbild Portal ist bei MagRunner ganz klar erkennbar. Finde ich allerdings nicht verkehrt. Also dann fühlt man sich bei dem Aufbau auch sofort wohl. Und die magnetischen Rätsel sind mal was anderes mit Anziehungskräften und abstoßenden Kräften. Und ich bin gespannt, wie sich im späteren Spielverlauf die Rätsel noch entwickeln werden. Und schaue mir das wie bereits erwähnt. Den gehe ich heute Abend oder am Wochenende nochmal an. Wer 20 Euro investieren möchte, sollte sich das mal angucken. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Untertitelung im Auftrag des WDR